So, jetzt machen wir immer ein Osterei ins Waffeleisen. Nein, nein, ich will nicht! Ich wollte das nicht! Braune Eier. Geil, ne? Ich will das Klingelton nehmen. Ja, keine Eier. Schau mal, was hier raus wird. Sachen, die die Nachwelt braucht. Was ist das für Geräusche hier? Da kommt doch nichts. Das hört sich an wie bei Alien da. Wenn die den Computer einschalten, die Mutter. Ich hab's nicht genau gehört, was du drinnen wolltest. Aber ich hab's nicht genau gehört, was du drinnen wolltest. Ja, ja. Aber es ist schön, oder? Ja, ich hab's nicht in der Nähe auch eins mit rausgebracht. Aber man wollte Gerät auch saften. Und dann ist ein Glas mehr verbraucht worden. Ja. Eifung hübsch, was ist denn das für ein Ei? Da. Ein Ei, ein Ei, wer möchte ein Ei? Ein Wabbel-Ei. Ja.